Das ist eine sehr interessante Frage. Wir züchten die Löwen doch zur Arterhaltung, oder? Darum geht es doch, oder? Ja. Ach, und dafür bezahlt uns jemand? Schön wär's. Rutsch rüber. Wenn die Lodge erstmal fertig ist, dann wird es sich hoffentlich bezahlt machen. Dann haben wir Bad-and-Breakfast-Gäste und Filmcrews, Forschungsteams. Das wird hart, aber wir werden es hinkriegen. Was ist mit den Löwen, die wir verkaufen? Ja, wir verkaufen Löwen, das ist wahr. An Zoos, Parks, andere Züchter. Warum fragst du? Ich will nicht, dass du Charlie verkaufst. Du weißt ja wohl, dass er kein Haustier ist, oder? Er ist aber auch nicht so wie die anderen Löwen. Er ist anders. So anders nun auch wieder nicht. Noch ist er ein Jungtier und du hast Spaß mit ihm, aber schon bald wird er dich töten wollen. Wenn du hinter diesen Zaun gehst, wird dich jeder dieser Löwen in fünf Sekunden in Stücke reißen. Egal, ob du sie gefüttert oder gebadet hast. Es ist egal, ob es sich dabei um Mia oder Kevin oder Obi-Wan Kenobi handelt. Wilde Tiere bleiben wilde Tiere. Das lässt dich nun mal nicht ändern, egal was du tust. Na dann, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten! Oh mein Gott! Das ist ein Wunder! Es ist ein Wunder. Die Wahrscheinlichkeit ist eins zu eine Million. Weißt du, was das bedeutet, Schatz? Für die Farm. Für uns. Siehst du, Mia? Dieser weiße Löwe wurde heute Morgen auf unserer Farm geboren. Hier! Halt ihn mal! Dieser dumme weiße Löwe ist mir vollkommen egal. Gute, Junge! Gute, Junge! Gute, Junge! Gute, Junge! Gute, Junge! Gute, Junge! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mia, sieh dir diese unglaublichen Tiere an. Weißt du, was du für ein Glück hast, dass du hier leben darfst? Aber ich will hier nicht leben. Wir leben hier seit einem Monat. Sie braucht etwas Zeit. Ein weißer Löwe, der auf unserer Farm geboren wurde. Was interessiert mich so ein dummer Löwe? Ich brauche keinen Freund. Gib mir meinen Ball zurück. Du hast Glück. Er mag dich. An diesem Ort bist du jetzt zu Hause. Zum ersten Mal, seit wir hier sind, ist sie glücklich. Ein wildes Tier ist ein wildes Tier. Dieser Löwe bleibt in seinem Käfig. Du kannst reinkommen, wenn du willst. Mia! Komm sofort da raus! Ich kann nicht glauben, dass du deinen Bruder in Gefahr gebracht hast. Der Löwe muss weg von hier. Bitte, ich tue alles, was du willst. Mia, es ist vorbei. Er geht an den ersten Käufer, den ich finde. Ich werde dich ins Reservat bringen. Los geht's, mein Junge! Dann wirst du frei sein. Mia ist weg. Ich werde sie finden. Charlie ist mein bester Freund. Ich konnte ihn einfach nicht gehen lassen. Ich liebe dich, Charlie. Ich verstehe. Ich liebe dich. Vielen Dank.